So, alle mal aufwachen. Wir brechen mitten in die Sitzung für ein schönes Gewinnspiel mit Quizmaster Nobby und dem kleinen, äh, Friedrich. Na, Kurzer, wie heißt du denn? Das geht sich gar nichts an. Das Spiel heißt C-Test. Jawohl. Wenn du den bestehst, gewinnst du eine Laufzeitverlängerung für deinen Ministerposten um 72 Jahre. Ach ja, und eine Mofa-Marke Herkules. Ich hab die auch so über den Fisch gezogen, aber die Mofa ist schon geil. Die mit Zentralverriegelung. Und Servolenkung. So eine Mofa will ich auch haben. Was siehst du hier? Ein Häschen mit dem Hut und einem Frikadellenfleck unter ihrer Hand da. Hast du wieder Rasen geraucht? Versuch's nochmal. Das ist ein Elefant mit einem Gerätgeschofen in der Hosentasche. Denn sie wohl an, hat doch bloß keinen Bock mehr für die Angelika immer die E-Mails zur Post zu bringen. Ach, den hab ich so verarscht. Der muss jetzt für immer die ganze Arbeit machen und ich kann in Ruhe auf dem polnischen Campingplatz Sangria saufen. Tut mir leid, Kurzer. Als einziger Teilnehmer wurdest du soeben zu lebenslänglich Innenminister verurteilt. Super. Arschkarte. Das hast du wirklich ganz toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Mofa. Dann macht ihr mal nicht zu viele Hoffnungen, Grussella. Wir fahren das Ding doch sowieso bald an die Wand hier. Ich heiße Gide und hab auch ne Mofa. Fahren wir zusammen an die Wand? Naja, du mich auch, du Laberlappen. Achtung, eine Durchsage. Dafür sperrt ne Mofa die Einfahrt zum Keller mit dem Atomöl. Halt, komm zurück. Ich hab doch nur Spaß gemacht.